herzlich willkommen zu einem kleinen ankündigungs video mit dem ultra wir machen heute abend einen geburtstag stream von 20 uhr oder 20 uhr 30 an dann wenn wir beide es fertig kriegen ich und jan machen wir einen geburtstag stream oder ein rein wir feiern in jan sein geburtstag rein der jan hat geburtstag und wir streamen in seinen geburtstag rein 20 uhr 20 uhr 30 geht's los bis unbekannt unbekannt ganz einfach unbekannt ein anderes wort können wir dafür einfach nicht sagen ja schaltet ein auf twitch.tv glabur 24 459 der link ist unten in der video beschreibung drin 2020 uhr 30 geht's los bis denne ciao